Es ist schon um fünf. Der Reiseleiter ist hier oben. Der ist da hinten weggelaufen. Oder ist er das nicht? Nein, der hat so Riebock. Sie sind alle gleich aus wie Ägypten. Wir müssen hier wieder raus, sonst sind da immer Stufen. Es wird hier so schnell dunkel jetzt. Ja. Mach mal nicht immer so kurz, dann hat man nur so einen gelben Fleck. Also da wollen wir jetzt längst gehen, ne? Ja, ich weiß nicht, die Krokodile sind doch da, denke ich. Also ich habe da hinten das Krokodilmuseum gesehen. So, naja. Schade, dass diese Säulen nicht erhalten sind bis oben, ne? Na ja, es sind ja nur genug große Säulen da, ne? Das Haus, da ist das Krokodilmuseum da. Wo? Das ist da unten, rechts. Ja, wo Sie da reingehen? Ja, genau. Ja, die Lampen sind schon angegangen. Ja. Halt nochmal hier fest, da bin ich auch drauf. Hier. Es ist an. Ach so, es ist Film. Film. Ja, ist gut, dann komm mal wieder her. Du bist auch drauf? Du bist drauf, ganz. Sehr schön. So, nun komm, geh mal hier weiter. So. Ja. Sven geht jetzt zum, und jetzt noch ein Stück. Da unten ist das Krokodilmuseum. Sven in Ägypten, der überall hinkommt. Ich auch. Du auch in Ägypten? Ich auch in Ägypten. In Ägypten. In Ägypten. In Ägypten. In Ägypten. In Ägypten. Mit dem Castle. Jetzt will ich. Jetzt will ich. Jetzt will ich. Krokodile sehen. Und zwar nicht zu knapp. Mach ich gar nicht lagen. Da wird bestimmt knapp fünf Jahren noch sein.